Willkommen zurück meine lieben Freunde hier im Krieg, der hoffentlich alles entscheiden wird, nämlich den Abschluss unserer Missionen. Wir arbeiten daran gerade eben auf jeden Fall massiv. Wir kämpfen schon die Bengalen und das Mogulreich und hoffen, dass wir dadurch jetzt hier schon alles zuspielen können, was nötig ist. Oh, da kommen wieder einige Kernprovinzen gerade eben rein und wir können wieder neue Staaten erschaffen. Sehr, sehr schön und wir können auch direkt hier weiter in Koren. Ich muss gerade mal gucken, wir haben immer noch nicht alle. Genau, wir müssen gerade eben noch vier weitere Provinzen jetzt hier gerade eben koren. Das ist aber jetzt gleich passiert. Wird nicht mehr allzu lange dauern. Oh, stimmt, ich habe jetzt vier. Stimmt, ich habe jetzt vier Missionare. Mann, ich betone noch einmal, das wäre damals so nützlich gewesen. Wieder ein Kommandeur ist gestorben. Schade, schade, schade. Und nicht nur das, wir haben zwei weitere Kernprovinzen erhalten und verloren gerade eben unseren Militärberater. Ich hole mir jetzt hier einen, der uns die Unterhaltungsarmee reduziert. Ganz im Ernst, ich glaube, mehr Moral brauchen wir nicht. Wir gewinnen sowieso schon jede Schlacht. Also, es wäre mal was Neues für mich, wenn ich mal eine Schlacht verlieren würde. So, wo gehst du jetzt hin? Du kannst noch da oben jetzt hin marschieren. Wir haben mit dem... Oh, da sind sie gerade von 14 auf minus 7 gefallen oder habe ich mich da gerade eben vertan? Lol. Ich glaube, es gibt hier ein oder zwei Gründe, mit denen ich jetzt hier hochmarschieren sollte. Ja, ein oder zwei Gründe haben wir eindeutig. Ich hole auch hierfür nochmal einen neuen General. Und ihr marschiert jetzt mal da hoch. Es gibt tatsächlich sogar im Westen oder genau genommen im Norden ein paar Dinge, mit denen wir diskutieren müssen. So, ja und pur wurde genommen. Dann kann es jetzt früher de facto mal noch weitermachen als hier mal mit den Flächenbelagerungen. Und wir gehen hier auf die nächsten Festungen drauf. Ah, dieses olle Mogulreich hier. Dieses olle, olle Mogulreich. Ähm, du bist auch schon mal da drüben hin? Endlich. Dann kann ich vielleicht das Mogulreich demnächst jetzt hier rauspießen. Das wäre auch wichtig. Warte mal, wie weit ist jetzt hier die Reparatur der Schiffe? Die Schiffe sind wieder komplett repariert. Sehr gut. Dann könnt ihr da hingehen. Oh, wir sind schon hier oben. Das war schneller als erwartet. Viel schneller. Dann kannst du noch da hingehen. Eine weitere Kernprovinz ist da. Du gehst hier unten lang. So. Warte mal. Es gibt doch sicherlich noch mal ein paar Verbesserungen der Festungen, die ich hier vornehmen kann. Oder? Ne, die ist schon auf acht. Ah, wir haben die Kaba gerade eben jetzt hier erobert. Tja. Ja, wir werden sie in Ehren halten. Dann, 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 dann. Ah, hier laufen jetzt schon die Wus rum. Hier gehen jetzt die Schiffe raus. Und werden wohl versenkt werden. Ja, das sieht für sie nicht so gut aus. Oh. Und wir haben einen Herrscherwechsel. Dann gucken wir uns mal nochmal genauer an. Ah, also unser neuer Erbe. Der Erbe ist gar nicht so schlecht. Der Erbe ist besser als der jetzige. Na gut. Vielleicht werden wir, äh, sogar abtreten, wenn er alt genug ist. Um ihm mehr Zeit zum Herrschen zu geben. Ich kann mir das tatsächlich vorstellen. Okay, Schuhn hat. Schuhn hat jetzt schon keinen Bock mehr. Wie viel kann ich denen denn geben? Na, ich muss mal gucken, ne. Genau, das ist alles jetzt hier besetzt durch Wu. Das würden sie nicht mitmachen. Also in 100% machen sie nicht. Aber das würden sie machen. Komm, dann beschleunigen wir schon mal diesen Teil des Krieges. Ähm. Oh. Eran Schar. So, und was fehlt denen jetzt hier noch für diese olle Mission? Ach, die Meinung muss ich jetzt noch auf 150 bringen. Ja, Entschuldigung. Ich muss die Meinung jetzt hier noch auf 150 bringen. Genau, das habe ich jetzt völlig vergessen. Also ich muss die Meinung von Wu jetzt auf 150 bringen. Vielleicht soll ich auch nochmal bei Spanien jetzt hier nochmal dafür sorgen, dass sie uns sehr zu schätzen wissen. Wir sehen ja, dass die Meinungssituation gerade eben eher eine schwierige ist. Ja, wir kümmern uns gleich darum. Währenddessen wir jetzt hier noch Krieg führen. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aha. In meinen Augen nicht so wirklich wichtig. So, wir versenken weiterhin Schiffe von ihnen. Oh, was ist das mit dir? Du kannst hier direkt auf die nächste Festung gehen. Der Gag ist, ne, ich kann jetzt das da drüben wirklich zum Kernland machen. Das habe ich versehentlich genommen. Das habe ich... Ne, das habe ich Wu gegeben. Okay, alles gut. Alles gut hier. Okay, okay, okay. Hier gab es... Angeblich eine Rebellion. Von der habe ich gar nichts mitbekommen. Wir holen uns jetzt hier nochmal die moderne Bürokratie. Noch weniger Entwicklungskosten. Noch mehr administrative Effizienz. Und noch mehr Regierungslimit. Das wird ab einem gewissen Punkt absurd. So, Beziehungen verbessern jetzt hier. Gut. Dann könnt ihr hier weitermachen. Da hinten läuft... Keine dumme, ärgerliche Armee mehr rum. Die wir hier nicht haben wollen. Okay. Gut, 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 gut. Ich könnte wahrscheinlich inzwischen sogar noch deutlich mehr Männer haben. Theoretisch wären eine Million Mann Manpower auch noch möglich. Also es geht nur noch darum, dass ich jetzt hier halt die Meinung jetzt hier noch hoch bekomme, ne? So, wieder eine Konvertierung durch. Wie lange diese Festung hier braucht. Erschüttert. Wie lange manche Sachen brauchen können. Du hast das jetzt hier schon an. Du kannst das danach auch noch machen. Du machst jetzt das hier noch. Automatisch belagern. Du wirst danach automatisch belagern. Endlich. Also haben wir das hier wieder rum verloren. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da kommen die portugiesischen Truppen an. Die sind in China unterwegs. Ja gut, ich sag mal so, Spanien und Portugal waren ja wirklich, eigentlich überall unterwegs. Das darf man nicht vergessen. Die waren ja auch in Indien und hatten sogar in China eine Kolonie. Es ist also gar nicht so unlogisch. Nee, warte mal. Du gehst jetzt hier hin und verhinderst, dass die das jetzt hier wieder zurückerobern. Oh, ich bin gleich hier bei der Grenze. 1248 ist die Grenze. Was ist eigentlich die letzte Technologie, die uns noch fehlt? Die Industrialisierung. Aber die ist noch nicht aufgetaucht, ne? Nee, die kommt 1750. Jetzt hoffe ich mal, dass ich ausnahmsweise mal, weil ich habe ja schon angefangen so Industriekram zu machen, dass ich jetzt hier die Industrialisierung mal bekommen kann. Das fände ich einfach mal nett. Wieder eine Konvertierung. Wir können weiter konvertieren. wissen, dass ich nicht immer das Schlusslicht bin und trotzdem vorne mit dabei. So, hier haben wir die Schlacht gewonnen. Beide Armeen wurden besiegt. Sag mal, die hängen hier immer noch an diesem Ding. Also langsam wird es absurd hier. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Und den Gewaltmarsch kurz mal hier aus. Vielleicht ändert das ja was. Okay, die letzte Prachtbelohnung. Das war's. Und ich habe zu viel Diplo-Power. Ich muss die Diplo-Power wieder loswerden. Irgendwann... Oh, 18. Geil. Ja, wir haben mal Hormuz jetzt hier mal zu einem wichtigen Zentrum hier für irgendwas gemacht. Für Produktion und so. Da haben wir jetzt ordentlich in einen investiert. Ach, ich habe nicht genügend Truppen. Oh, ich habe nicht genügend Truppen. Warum nicht? Äh, das ist super irritierend. Also ich muss da nochmal Truppen draufschieben. Ich habe dieses Ausrufezeichen gerade eben die ganze Zeit missinterpretiert. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Dieses formale Deinem Morgul-Reich. Kann das endlich mal aufhören, hier Sachen zurückzerobern? Es hängt an mir auf den Keks zu gehen. So, jetzt haben wir auch hier die 78%. Ich habe keine Ahnung, aber der verschlackt. Jetzt auf einmal geht's. Der Verschleiß ist hier so brutal hoch. Sind die wirklich jetzt hier gerade eben im Verschleiß beinahe eingegangen oder was? Eine weitere Festung für unsere Sammlung. Dann konvertiert mal weiter. Ich stelle mir das ehrlich gesagt so vor, weil unser Land so groß ist und so viele Missionare da sind, dass einfach quasi eine riesige Konga an Missionaren in die Länder geht und so einfach, dass es so eine Eins-zu-eins-Betreuung gibt. Für jeden potenziellen Gläubigen einen Priester, der ihn so lange bearbeitet, bis er sagt, ja, ihr habt schon irgendwie recht. Warte mal, ich tue den jetzt hier mal beibehalten. Jetzt kann ich euch nochmal Geld schenken, weil ich brauche die 150, ne? Ich schenke denen jetzt hier Geld. Warte mal, wie viel Geld kann ich auf jeden Fall mal schicken? Okay. Ich will halt die vollen 25 Boni jetzt hier bekommen. Mehr kann man ja nicht, wie ihr seht. Ne, mehr geht nicht. So, die vollen 25. Und da ist es. Beziehungen zu China. Ich bekomme mal überall 100 Machtpunkte. Wenn, äh, wir gründen eine Botschaft bei den Verbündeten in China. Die sorgt dafür, dass dieses Bild keine diplomatischen Beziehungen mehr kostet. Wahlweise einfach, okay, okay, ja, wir nehmen das. Also, der Löwe und der Drache. Die Seidenstraße verbindet schon seit der antike Europa mit Asien. Und die persischen Reiche waren schon seit jeher ihre Herren. Die Seidenstraße dient jedoch nicht nur als Handelsader, sondern verbindet auch die Perser und die Chinesen und sorgt für einen Austausch von Wissen und Kultur. Einige unserer iranischen Diplomaten beabsichtigen nach Wut zu reisen, um dort in unserem Namen eine Botschaft zu errichten und die Beziehungen zwischen unseren beiden Reichen zu festigen. Ich bekomme hier auf, oh, das Ereignis persische Botschaft tritt ein. Äh, Wu erhält Innovationsfähigkeit. Die überschüssigen Punkte werden in Machtpunkte umgewandelt. Okay. Botschaft eingerichtet. Unsere Diplomaten sind aus Eranschad zurückgekehrt. Der Kaiser von Wu hat unsere Bitte angenommen und wechselseitige Botschaften eingerichtet. Die iranischen, äh, die iranischen wuschischen Beziehungen werden zu einer neuen, unaufhaltsamen Macht. Also, wir bekommen, wie ihr sehen könnt, noch mehr Handelsmacht lokal, diplomatische Beziehungen plus eins, Institutionsverbreitung plus 25% und Innovationsfähigkeit noch mal jährlich plus 0,2. Es ist getan. Und jetzt muss ich nur gucken, was brauchen wir da noch? Äh, ich brauche mehr Handelseinnahmen als 50%. Das wird schwierig. Oh Gott, wie soll ich denn das machen? Es könnte sein, dass wir daran jetzt scheitern. Wie soll ich denn die Handelseinnahmen noch weiter erhöhen? Okay. Mir fällt nichts anderes ein, als das jetzt hier zu tun. überall Börsen einzurichten. Um wirklich jegliche Art von Handeln noch hinzuhalten. Ich kann natürlich auch noch bei VU gucken. Also, Sie müssen mal gucken, wo ich diesen Handel haben muss. Ja, ihr seht, das richten wir jetzt hier nicht das Genick. Ähm. Das, äh, Perseteppiche abgelöst. Monatliche Erträge, mindestens 200. Ja, wir haben ja viel mehr, mehr Handelseinnahmen haben als 50%. Da muss ich auf jeden Fall noch einiges im Handel noch mal machen. Moment, gucken wir mal gerade eben, wo wir noch Händler überhaupt haben. Ich habe seit Ewigkeiten mich nicht mehr um die Händler gekümmert. Hier geht der Handel eher raus. Also, ich müsste irgendwie einen Händler noch hier hinschicken. Handelseinfluss übertragen. Der Typ, der beim Bosporus ist. Machen wir mal. Mal gucken, was es bewirkt. Hier habe ich schon 56%. Es hat es auf jeden Fall gesenkt, meine Handelseinnahmen. Aber der ist hier noch nicht angekommen. Ich muss noch kurz warten. Boah, wie soll ich die Handelseinnahmen denn jetzt hier so absurd nach oben schrauben? Da habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, Frieden verhandeln mit euch. Genau, wir nehmen einfach all das jetzt hier. Dann existiert das Mogul-Reich nicht mehr. Und wir können noch mehr koren. Also, wie gesagt, ich bin da jetzt hier einfach im Bereich der Ratlosigkeit angekommen. Kannst auch nochmal hier rüber marschieren. Ich weiß jetzt nicht, was als nächstes hier noch passiert. Wir stehen bei 67%. Daiviert. Patani. Hier, diese Ländereien. Aber das mit dem Handel, ey, ohne Witz. Ich habe halt einfach zu viel Produktion. Das ist halt nicht cool. Ich gebe zu, dass ich mich mit dem Handelssystem in diesem Spiel nach wie vor noch am allerwenigsten auskenne. Und deswegen keine Ahnung habe, wie ich das jetzt hier noch machen soll. Okay, mach du hier nochmal ein Loch rein. Du gehst jetzt hier auf diese Festung, Freund. Du gehst jetzt auf diese Festung hier. Hallo. Wie auf den noch? Ich habe dreimal klicken müssen. So, weitere Korungen sind abgeschlossen hier, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt neben Wu direkt eigentlich schon einen Start. Direkt neben Wu. Aber das ist alles gar kein Problem. Oh Gott. Oh, ich muss ich kurz mal reparieren. Der Nächste, bitte. Zap, zap. Oh, wir haben das jetzt hier genommen. Nett. Das heißt, das können wir uns hier noch verteilen. 82 Prozent. Und wir sehen jetzt hier, ne? Dai Viet und Partei und was auch immer wird jetzt hier von meinen Verbündeten überrollt. Äh, 730 fand ich. Ne, also das war ein Fehler, den da runter zu bewegen, oder? Den Typen bei Aleppo. Der hat halt hier immer abgeschöpft. Der schöpft ab. Eigentlich muss ich hier auch noch abschöpfen. Wisst ihr was? Ich gucke mal, ob ich das vielleicht da mit hinbekomme. Äh, Handel abschöpfen. Der bei Malaka. Ich gucke mal, ob ich mehr erreichen kann, wenn ich hier einfach Handel noch abschöpfe. Und hier könnte ich den Handel noch mal ein bisschen steuern. Ich meine, den mache ich ohnehin schon 92 Prozent. Hier ist es egal, der muss nicht mehr steuern. Welcher ist das hier? Das ist ja der, äh... Der Sadiq Arari. Der Sadiq Arari. Der hier, Mohammed Sadiq Arari. Der geht hier und der soll das, das Geld dann hier runter leiten. Weil hier werden wir abschöpfen. Hier sollten wir auch abschöpfen. Im Grunde wäre das sogar wichtiger, als dass ich hier... Ja. Dieser Händler hier, das ist der Ali Jalili. Der soll jetzt hier den Handel abschöpfen. So, jetzt gucken wir mal, was das jetzt hier alles bewirkt. Weil so rein von der Logik her macht das mehr Sinn. Das macht so mehr Sinn, Freunde. Profit maximieren. Sobald der da ist, mache ich das hier auch. Ich habe ja 100%. Ja gut, das ist aber auch logisch. Genau, der hier muss, äh... Den Handelseinfluss übertragen, damit er hier weiter geht und nicht woanders hingeht. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt hier diese Schiffe hier nutzen kann, um den Handel hier zu schützen. Handel schützen. Hier bei Gujarat. Legt mal direkt los. Es dürfte eigentlich nichts passieren. Okay, der Handel ist gerade eben so komplett zusammengesackt. Warten wir mal ab, wohin das jetzt führt, handelstechnisch. Jetzt haben wir hier nur noch 59%. Hä? Muss man das verstehen? Ich warte mal gerade eben, bis der jetzt hier da ist noch. Hier kommt ja noch einer hin. Zwei Tage. So, jetzt ist er da. Der schöpft jetzt hier ab. Fleischliche Gelust. Oh, nee. Obwohl wir es geschafft haben, die Wahrheit im Rest des Hofes vorzuhalten, ist es nur eine Frage der Zeit. Bis es ans Tageslicht bekommen sollten wir nichts unternehmen. Shahanshah, Yoniid der V., der hat jüngst entdeckt, dass seine Gattin Shabano Razia eine Affäre hat. Oh, nein. Wir werden das mit... Wir werden Schweigegeld bezahlen. Okay. Ich muss das gleich mal außerhalb des Krieges machen, weil ich ansonsten hier gerade eben echt bekloppt werde. Also die sind ja im Grunde geschlagen. Wir machen jetzt hier die Friedensverhandlung. Ich nehme Länder, so viel ich essen kann. Auch hier oben möchte ich Länder nehmen. So, 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 so. Und so. Das reicht fürs Erste. Das sollte fürs Erste reichen. Auch probenstechnisch meine ich. Kommt hier wieder einiges auf uns zu, hier. Ja, den hier kann ich momentan noch nicht. Ja, und Pura ist denn irgendwelche Rebellen drauf? Kommt mal hierher zurück, Freunde, der haut die. Geht hin und haut sie. Boah, hab ich denn noch Rebellen? Das ist gerade blöd. Ach, da oben. Da sind auch noch Rebellen. Und hier hat es noch mal ein paar Rebellen. Okay. Jetzt können wir auch noch eine Kernprovinz ausmachen. Das ist gerade... Oh, die gehen jetzt einfach. Die gehen. bengalische Partikoralisten, die sehen sich hier nicht mehr zuständig. So, wie sieht es jetzt mit dem Geld aus? Aber mehr Ideen habe ich dann irgendwann auch nicht mehr, ne? Mehr Ideen habe ich dann irgendwann nicht mehr. Ich kann noch ein bisschen mehr Markantilismus machen. Mehr Markantilismus bringt natürlich auch noch mal ein paar weitere Boni auf den Handel. Ich gehe jetzt auf Profit maximieren. So, wir verteilen unsere Armeen. Ich kann auch hier ein paar weitere Handelsposten verbessern. Moment. Habe ich da drüben schon einen maximalen Handels? Ich habe schon sechs Welthandelszentren, deswegen kann ich ja nicht noch mehr machen. Boah. Wie gemein. Ich meine, ich habe doch schon absurd Handel. Ich habe schon eine absurde Handelsmenge. Ich bin schon bei 890. Wahrscheinlich könnte man irgendwas noch mit Handelshäusern machen, aber wie gesagt, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Das muss ich an dieser Stelle einfach zugeben. Also ich werde es einfach noch mal rumfragen. Wir haben eine kritische Überdehnung. Doch, dass ihr es hier gerade eben bekommt. Aber das macht nichts. Wir werden es trotzdem in den Griff bekommen. Also ich werde einfach mal bei meinen Zuschauern mal, also bei euch auf dem Discord mal rumfragen, was man da machen kann. Zoroastrische Glauben in Dabol. Nein. 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 Ein Übungsplatz hier. Hier. Das kann man machen. Dann mache ich hier den Übungsplatz. So. Wieder eine Mission jetzt hier gestartet und durchgeführt. Die Spanien und Portugiesen machen sich zurück und wir gucken mal gerade eben nochmal hier die Ausmaße unseres Reiches an. Oh, da habe ich einen Stufe 3 Händler gerade bekommen. Der günstig ist. Hau rein, mein Freund. Und den kann man sogar noch verbessern. Das Problem ist, er macht halt trotzdem nur 10% und ist deswegen nicht unbedingt besser. Das ist so das Problem. Wobei, ich könnte auch nochmal versuchen, ob ich über den Kaufleuten nochmal was machen kann. Diplomatische Macht, Land des Glücks, Reichweite, Handel, Absolutismusmaximum, Kronenbesitz, nee. Kommerzielle, blablabla, blablabla, nee. In die Schuld der Kaufleute des Standes, nein. Freie Marktwirtschaft. Gebt denen mal freie Marktwirtschaft. Noch mehr Produktionseffizienz, nee. Handelseinflussschiffe, private Handelsflotten. Gebe ich denen jetzt hier gerade eben nochmal. Aber das war es dann auch schon. Also es gibt hier viele Rechte, die ich denen hier geben kann, ne. Aber ich kann es auch nicht unendlich viele weggeben, weil ich will ja mein Absolutismus hier behalten. Das ist und bleibt schwierig. Wie man es dreht und wendet, das bleibt schwierig. Ach, Frankreich ist jetzt revolutionär geworden. Das hat einfach mal den größten Teil von Italien gefressen. Und so wie es aussieht, wird es nie eine deutsche Nation geben. Oh mein Gott. Na gut, ist aber auch in der damaligen Zeit das nicht unbedingt. Straßburg hat ja so viel genommen. Bayern hat sich einen Teil von Böhmen einverlebt. Mainz ist riesig. Okay, dieses Battle Royale hat sich auf jeden Fall offensichtlich entschieden. in mehrererlei Hinsicht. So, warte mal. Ich hole jetzt mal meine Flotte hier wieder erstmal nochmal zurück. Und ich bin drauf und dran zu sagen, warum kann ich hier keine großen Fregatten bauen? Weil ich nicht genug Manpower habe. Eieiei, derzeit erhaltet ihr monatlich 712 und benutzt 1.800. Autsch! Autsch, 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 Autsch. Moment, ich kann ja nochmal ein, zwei Änderungen versuchen, noch einzustellen. Ne, wir machen ja schon das Maximum. Ähm, hier sind wir auch schon dabei. Ja, habe ich keinen Händler. Ich würde mir wünschen, ich könnte hier noch mehr abschöpfen. Hm. Hier unten habe ich nur 8%. Vielleicht macht das mehr Sinn, wenn ich... Ne, hier wird sehr viel mehr gemacht. Ganz im Ernst, vielleicht sollte ich den da... Wer ist denn das hier nochmal? Das ist jetzt der Rajab Ali Kazai. Rajab Ali Kazai. Ne, der ist da eigentlich schon richtig... Ne, hier geht es nochmal so. Ich tue den Rajab Ali Kazai hier rüber. Genau, den tue ich nochmal da rüber. Mal gucken, wie sich jetzt das ändert. Jetzt sind wir nämlich hier bei 932. Wir werden gleich sehen, was wir da noch rausholen können. Neun Monat. 963, ja doch, es hat ein bisschen was gebracht. Es hat was gebracht. Das ist doch angebracht. Okay, 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 okay. Aber es reicht halt immer noch nicht für die Mission. Es reicht einfach nicht. Das Verrückte ist an der Stelle, man müsste die Produktionseffizienz senken, glaube ich. Damit ich jetzt hier beim Handeln noch ganz nach oben komme. Flup. Waren noch mal ein paar Börsen. Aber wie gesagt, das große Problem ist halt, das Spiel zeigt uns halt auch nicht wirklich an. Wo wir gerade eben einfach stehen. Mehr Handelseinnahmen haben als 50%. Tja. Mal gucken, ob wir das noch hinbekommen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Schöne Zeit. Tschüss und ade. Schöne Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020